Ja man, Bro, lass uns, hier kauft jemand Kommentare schauen von hungriger Hugo. Ich hab alles verpasst, Alter. Irgendwie kein Konzept wurde gelöscht. ABK hat irgendwie erzählt, dass hungriger Hugo Sascha und alle Leute tatsächlich hier irgendwie Klicks kaufen würden. Da bin ich jetzt mal gespannt. Fragt mich jetzt auch an den Hersteller hier ganz kurz, wo ist hier meine Facecam? Das würde ich jetzt gerne wissen, oder ist sie? Ich kann meinen Chatruinen restarten, Bro. Das geht nicht. Ich hab kein Chatruinen, Dicke. Ich mach das nicht. Ich hab kein Chatruinen. Sag mir den rein, lass den hier rein. Komm. Ja, Bruder, Mann! Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Ich weiß wirklich nicht, wieso ich mir die immer reinziehe, die Sachen, aber egal. Was ist das denn für ein Server, Dicke? Sag mal, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich wollte mich nur kurz einmal duschen. So, was krieg ich jetzt als Zehnter? Vor mir kriegt er einen Stern. Ich krieg auch einen Stern. Bring mir gar nichts, Dicke. Lächerlich. Ja, er kriegt hinter mir. Natürlich die Rakete. Das ist der Pumukkel. Du weißt doch, wie das ist wirklich. Noch einmal Pumukkel, Alter. Und ich steck dich hinten in den Müllwagen rein. Hurra, hurra, der Pumukkel ist wieder da. Hurra. Der Pumukkel ist da. Ah, Pumukkel. Der muss ja ein bisschen schneller sein. Höpa. Und da, sie fix. Eine Bombe kassiert Auto. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid geistenskrank. Ich sehe nichts. So muss das Dagobert Duck gehen, Dicke. Sieht einfach nichts mehr vor Geld. Das sind 200 Euro. Mit dem Statement fahren wir fort zum nächsten TikTok. Das passiert oft bei so Stangen. Die musst du richtig gut an der Decke befestigen. Als auch auf dem Boden. Und vor allem in so Wohnungen. Und dann, ich glaube mal, weil das in Amerika ist, hat die Rehgipswende, denke ich mal. Okay, sie ist da ziemlich drin im Thema. Hohlraumdübel braucht die Dame. Bitte was? Hohlraumdübel. Woher weiß die das? Wake me up, before you go, go. Wie, Jack. Mashallah. Aquarium. Dein Aquarium brennt. Ach komm, ey. Warte, dein Aquarium brennt. Ja, ja, ja. Also, komm, ihr seid solche... Ach, schreis doch. Ja, ja. Ich denke, wenn du eine Nobleshare kaufen willst und sparen willst, musst du auf den Black Friday warten. Soviel ich weiß, gibt es keine regelmäßigen Rabatte bei Abschluss bestätigt. Bei Abschluss bestätigt, genau. Hey, wach, ding, alles. Bruder, lass ich mal, wie lost ich in der Birne bin. Timo, jefer, danke schön für den Gifted Zap. Kuss, 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 kuss. Bro. Junge, das ist so dumm. Boah, schade, das ist so dumm. Das ist so dumm. So, jetzt bin ich bereit zum Küsse. Komm her, komm her, du keine Sau. No joke, Tanzverbot küsst bestimmt richtig gut, Bro. Oh, ist der groß. Keine Frau, ich sehe eine Frau. Keine Frau, ich sehe eine Frau. Alter, einfach mal ein Videoclip. Simples Venja, kuss, danke schön. Yes, baby, wow. Da ist er doch, Mann. Wo warst du denn? Herz, hi, Max. Hi. Alter, wir sind auf dem Schiff, oben. Ist er gar nicht. Mit einem tosenden Applaus begrüßen wir Maximilian Kurt Alexander Stemmler aka Joymax. Boah, die sind trocken, Alter. Die sind auch schon verboten. Hey, Chat, ganz ehrlich, Timo Yifa, dankeschön für die ganzen Giftes, Bro. Dieser IRL-Stream war todesfunny, oder? Wir hätten mir sowas von dem IRL-Backpack holen und da mit dem Puffstrip. Was, Trim jetzt schon da, oder was? Kann ich einmal Mikro? Wie damals. Kanste, ja, ja, okay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur European Poker Tour live aus Monaco. Die waren so sauer. Ja, ja, wir gehen, wir gehen. Ui, ui. Vor hinten kurz gedacht, ohne Scheiß, Robert Geis lässt sich das Event nicht entgehen, ne? Wer ist denn Christoph, so ein Wichser? Komm nicht ins Angelcamp, kannst du dich ins Knie ficken. Komm ich eh nicht. All the small things, true care, true things. Oh, was ist jetzt los? Der ist gerade überausgriffen. Da ist noch einer. Wo ist er? Wo fahren die alle her? Da ist noch einer. Da oben, da oben ist er. Modern in the War. Modern in the War. Modern in the War. Alter, mit rauf. Schieß im Flug, Junge. Alter. Leonie, Kuss. Der ist aufs Wasser aufgefallen. Bro, der hat sich sowas von aus dem Gulag rausgekriegt. Weiter spielen. Warum ich? Moin. Alter, warum war da eine Oma? Welche Spiele hat eine gruselige Oma drin? Ist das Payne's neue Freundin? Ist das Payne? Das ist doch Payne, oder? Und das ist deine Freundin, oder? Ist das Payne? Chat, ist das Payne? In der Rote, in der Rote, komm. Ist schneller. Wichtig. So. Und jetzt beiseite mit dir, du Schmutz. Warum? Digga, es... Das ist deine Schwester. Perfekt, Mann. Ist ein... So ein undankbar... Yeah, too bad. Kann ich mitleben. Worauf weisen solche Verkehrszeichen hin? Das macht immer Ausschlussverfahren. So muss man da rangehen, okay? Es ist nicht die Entfernung zur Tankstelle und es ist nicht die Autobahn. Es ist die Nummer... Die Nummer der Autobahn. ...nummer einer Europastraße. Wie viele Fehlerpunkte darf man haben, damit man das noch besteht? In der dargestellten Weise angebracht werden? Nee, dann ist das Kind tot. Darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden? Darf ein Kindersitz nur in Fahrtrichtung angebracht werden? Ja, das Gleiche. Verkuaffe Quad, liest euch als erstes die Beschreibung durch. Verkaufe Quad, den hab ich für 1000 gekauft. Ich bin eine Stunde damit gefahren, dann ist er einfach ausgegangen. Ich finde den Schlüssel nicht mehr. Das Schloss muss gewechselt werden. Darf ich auch mal wieder entbannt werden? Hab hier noch einen Sub, den ich gerne nutzen würde. Du kannst einen ganz normalen Entbannungsantrag stellen. Ich werde schauen, warum du gebannt bist, aber ich werde den nicht entbannen. Rein aus Interesse halber. Schau ich mal, warum du gebannt worden bist. Oh, den hab ich gesperrt. Huch, bist entbannt. Ich habe direkt geschrieben, du bist schlecht. Hallo. Ich mach dann meinen Job weiter, ne? Warte kurz. Ja? Und lass die Schuhe aus. Ja. Ja, was ist denn? Ich mach meinen Job weiter. Oder soll ich sie wieder mitnehmen? Was? Soll ich sie wieder mitnehmen? Ich telefoniere gerade. Du siehst doch, dass ich einen Hörer am Kopf habe. Wo schnatterst du mich von der Seite die ganze Zeit an? Meine Fresse. So, jetzt nochmal bitte. Was ist? Sag mir, dass du lost bist, ohne mir zu sagen, dass du lost bist. Wie kann ich meine Sachen anziehen? Schrift-Links-Klick am besten. Er trinkt vier Heilungsdränke mit Full-HP. Du hast Heilungsdränke gedruckt. Achso, ich dachte, die heilen mich so über Dauer. Ja, mag es, Junge. Oh, nicht. Okay. Komm, die Map und den Spielmodus kannte ich irgendwoher. Wo ist der Kette? Mach dir Probleme, oder was? Moin, moin, Juxus. Es geht, Digga. Moin, moin. Alles klar. Gibt's kein Problem, du Arsch. Wie ist der A**chlauch? Man muss doch nicht gleich beleidigen. Was ist denn los? Wie ist denn los, Digga? Was machst du hier, Digga? Ja, sag mal, warum bist du denn so aggressiv drauf? Sehr unangenehm. Alles easy, Digga. Besser ist. Hey, ich bin... Hallo, Hering. Was ist voll das, Digga? Auch ganz kurz einmal seine Tasche bitte kontrollieren. Hey! Was ist los, Digga? Ja, Zuckeranfall, Digga. Ey, schön, dass ihr alles macht aus eurem Leben. Ey, wie du fährst, drüber. Das Geräusch. Einer ist nur für Döner. Warum sieht der so gut aus? Einer ist nur für Gemüse. Gemüse, ja, Moin. Was müssen Sie beachten? Die Angabe zur Lachlast. Alex freut sich gerade darüber am meisten über das Geschenk. Ihr wart doch jetzt, warum freut sich Alex am meisten über das Geschenk. Naja, das hat hier vier Löcher und muss an die Wand montiert werden. Und ich kann das nicht. Und das zielt als technisches Equipment. Also ist das auch nicht mehr in meinem Zuständigkeitsbereich. Sondern in dem Zuständigbereich von Alex. Max ist so ein dummer Wichser. Ey, wie viele Kommentare habe ich denn unter dem Video von mir? 2500 Kommentare. Schau mal. Ey, BK, du hättest unsere Kanäle doch gleich unterskalieren können. Oder nicht? Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Ich glaube, hier kauft jemand Kommentare. 7000 Kommentare. Was warst du da? Ja. Ah, Get Down. Moment mal, den Spielmodus kenne ich auch irgendwo her. Moment mal, habe ich Get Down nicht sogar erfunden? Hä? Ey, hat den einfach ein anderer Server nachgemacht. STRGC, STRGV? Das kann doch nicht sein. Es wird doch niemand so dreist sein, einfach den Spielmodus von mir kopieren, ohne mir Bescheid zu sagen. Vor allen Dingen, wenn das ein Freund von mir ist, so wie G-Time. Der würde mich doch vorher darüber ins, also wenigstens ganz kurz, der würde mich doch kurz vorher wenigstens informieren, sag ich mal, dass der das einfach übernimmt. Der würde mich doch informieren. Also, das kann ja nicht sein, 5-Chrome, Dankeschön. Also, das ist jetzt natürlich seltsam. Also, ich habe kein Patent, aber das macht man ja unter Freunden, so dass man kurz Bescheid sagt, hey, du, dein Server ist jetzt offline. Ich würde es kurz vielleicht auch meinem Server einfach, ähm, kopieren. Naja, okay. Habe ich es geschafft? Also, ich muss mal gucken, wo mein Stromanschluss ist, Digga. Ist hier eventuellerweise eine 2-Euro-Donation auf dem Boden? Achso, wir sind keine Freunde. Ja gut, dann passt das.